Jörn Klatsch, ich wollte Kieste das will ich auch Tragkester Jörn normalen Greifern, weil schneller haben wir natürlich keiner mehr und Verdeband Ok, dann können wir unsere Notversorgung auch erstmal wieder ab Strom, haben wir da irgendwas besseres Langen, aber ein mittlerer Auf jeden Fall bald brauchen wir dich Kohle ist schon am Anfang Ich hab's aber jetzt eigentlich noch nicht umgesetzt auf die richtig großen Felder Also wir haben ein Problem Aha, oben Wir haben von rechts eingegriffen, wir haben keine Verteidigung da Ich versuch runter zu laufen Rechts oben Noch weiter oben Ganz oben bei dir, den Ja, ich lauf hier hoch Structure destroyed Wir werden von rechts eingegriffen sozusagen Ja Nur nachhaltig Wir bedenken, dass wir rechts oben überhaupt keine Verteidigung haben und dass die da jetzt später kommen werden Na ja, im Fall ist es hat immer hingeklatscht auf Und ne Mauer hat, oder was Ja, und du hast auch, wenn Mauer allein bringt das auch nichts Gibt's da einen Grund, warum wir kein Stahl haben? Wo wird das Ganze hingeliefert? Das ist doch eine Kiste Ja, die ist leer Das ist leer Das ist die Frage, ob du den ganzen Stahl machst Ja, du lieferst ja die Sachen Kreize und Kehr Stahl wird abgeholt Stahl fliegt So, und vor allem haben wir ja eigentlich gar nicht Unten an unsere Elektromotoren einhalten Davon haben wir eigentlich auch gerade eben erst mal 1850 hergestellt Das ist ja repariert, was da zerstört wurde Ja Gott, ähm Kraft, die gerade einen Laser tun, dann können wir die mal da hinstellen Oben Wächst ein bisschen Abwehr Aber wo sind die hergekommen, ey? Na rechts Aber muss ja weit gelaufen sein Oder du hast zu viel gebaut, weil du forderst ja auch an Ja, ich fordere schon an, aber ich kriege ja nichts Vielleicht hast du zu viel angefordert Ja, keine Ahnung, wir haben auf jeden Fall Stahlprobleme Weil alle gerne Stahl hätten, aber wir zu wenig produzieren Naja Ähm Müssen das Forcefield-Tool, ja Ich wollte die jetzt Ja, du kannst die 3er hinklatschen Nee, dafür bräuchten wir blau und blau müssen wir anderweitig herstellen Oder halt 2er, lichtbegruppen 2, kannst du ihn klatschen, so meine ich Statt ein 1er Da haben wir auch schon ein bisschen schneller Ja, das sind ja die 2er Nee, die 2er haben wir schon, aber egal Haben wir doch, weil die hab ich schon gebaut bei Eisen unten Alles Lichtbogenofen 2 Aber dafür brauchen wir doch blaue Schaltkreise Das ist ja unser Reaktor Das ist ja unser Reaktor So dekonstruktion 2 6 a 3 Ich bin dumm Oh, ich bin zweiter zuwunden Und dann kommen hier raus 100 kommen hier raus Heilig Deswegen sei hier Jährig Ist ein bisschen also, naja So, zumụ ich bin dumm selber leider etwas auch wir haben Naja es geht es geht es geht Autos Panzerbrechen der Munition Kohle haben wir nicht mehr viel dort 150 er die Kinder umsetzen müssen davon nur auf dass er wirklich das Feld mal ordentlich beendet so freundin da kommt dazu auch mal er kommt dann bleibt sein auf Manuel er hat immerhin schon 200 Kohle mit alles gut aber eigentlich wir schon ja haben wir schon die Kulatschers Kuhl warum die sind cool deswegen also weil die ist hier unten warte gleich mal das wäre unten um dann direkt umzusetzen unsere Kohle Produktion so der eine hat noch 60 der andere hat auch noch 60 und zu wenig Kohle da doch gut 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 und der Kohle der ganz rechts rüber ja okay ja okay alles wir brauchen ja wir haben stahlmangel eindeutig ja alles was ist so kraft der braucht stahl verdammt die produktion nimmt halt auch noch ein bisschen was weg aber das ist eigentlich auch nicht so wirklich viel der hauptabnehmer wirst du jetzt einfach so fest wir haben jetzt 18 kohle noch am lauf damit kommen werden wir sehen so dann brauche ich hier also die kraft der kraft wo sind denn eigentlich hier die roboter noch mal hier oben irgendwo eine fabrik für die fluggestellung die tippt 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 dort kommt kraft die jungen nr es ist wenn man handkündigt schneller wäre hätten wir schon kohle auch stahl ich wollte mich auch hier auch bei der zügen doch keine einzige verteidigung ich werde mal leser zum ausstellen den oberen erdebt er ist es beim bahnhof wenn er wenigstens noch nicht ein hierhin stellen im grün ein hauerlamp was kommen dafür aufgeladenes hc das ist voll oder heutzutage er kann man ihnen was sagen es hat länger warten es nur zu kunden wir auch eine möglichkeit sind licht macht sie hat dann nichts zu waren so ist riesen leuchtball wir haben schon zwei züge und die kolladiert also noch funktioniert ja wohl zwei züge fahren ja ja aber nicht danke schon ja das jetzt wirklich gleichzeitig ich brauche noch starbe greifer zwei stück abgottes gut fahrer aus traumhaft was macht denn das ok wo uns research könnten wir dann machen da haben wir aber dann auch nur blaue flächen gtg alter spiel lang das dauert der schweiß aus dem blaue flächen bauflächen fehlen weil einfach mal in kreis haben wir fehlen weil vom donderfall im endeffekt kupfer umsetzen und das erleichter wird schon zum patroler weiter verarbeitet und das automatisierung man genau 1000 hat das eisen herr wenn das so nett wird mir noch ein bisschen stahl geben könntet behalterte stahl wird schon sein garantiert nicht so nett denn stahl ist geld mit geld kann man handeln schützt aber im knast ist leider kein geld erlaubt ja mal erzählt du musst du hast ja ich mach doch immer meinen urlaub welches jetzt sieht's vollzugsanstalt da raffenland macht ich mein urlaub darf dann bis 9 gott kohle ist angeschlossen sobald unten keine mehr kommt müssen wir halt umschalten was ist schon mal angeschlossen also es würde der strom nur weniger komplett ausgehen wird das ist dann erst so der tröme ist eigentlich so kommt er würde quasi zur seite eingefrenzt ist vorerst noch ein notsystem die wir da überall drin hängen haben der tröme 6 abdach hat es ist der kraft der auch schnell umgeschalten werden könnte so das sollte jetzt so auch es kann ich auch ein starker Kräfer am händler auch ich kann wieder nur an der Kupfer richtig Borkum auch mal er kommt das gehört unten im Eisner von geklatscht das gleiche was man für Eisner verkauft hätte ich gesorgt alles zugesagt wie viel Platz von Martin dazwischen lassen Jollas Rüge ein bisschen fast fast irgendwas durchlaufen oder mit Fahrzeugen dürfen müssen bisher nicht verkehrt würde ich mal sagen ist verwirrend wir kommen von unten mit dem und ich es ist es ist und künstler beide Kamau ich habe keine kkk A der Klinz also die Drecksarbeit habe ich jetzt gemacht es gibt ja ich möchte konnte konnte coolen die Schuss scheiß also gleich ruhig Pferd in der mich ein paar was ja glaube ich die Fasen ja komm es ja 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 ja